Morgenstund, Matke. Hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge von Let's Play aus dem 2.3. Hallo. Mit mir auch heute wieder gestern. In dieser Folge zeigt euch, ich bin wieder zurück auf der Eckart rein draußen, zwar auf der Linie 41. Sie führt uns vor dem Rheinlandshof nach Dielsen, der Rheinlandshof-Fahrzeuge von der 4.30 und 5.30. Zur Forderung ist der MAM NG 262 Rheinbahn gedreht. Erst wird der Stuttgart befand es auch direkt losig für dich ein. Viel Spaß, weiter. Nächste Haltestelle Reinhardshof, Freiheitsplatz. Nächste Haltestelle Weinbietstraße. Mahlzeit. Hallo, meine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Nächste Haltestelle Markuskirche. Nächste Haltestelle Markuskirche. Nächste Haltestelle Herrenholz. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Nächste Haltestelle Venez格线 wir nehmen also Ellenbeschrche, der sich wir in der Richtung ed sharper такую Herrschaft in der Rheinland中共아becke. Therefore in der Beschwerde, Ich hoffe vielleicht rein da draußen, gehts gut mir bitte, auch so weit tot und nach dieser 41 Farmer lässt wir ihn nicht hier vorhin draußen. So, jetzt haben wir mal ein bisschen zu sich. So wird das, ähm, weg. Ähm, aber wenn der Degeneres mit dem Pex, wenn ich sehen möchte, würde ich das so an die Kontakte schreiben. Ich möchte euch gerne an sich einladen zum heutigen Live-Streamer heute Nachmittag, so dass sie um 40 Uhr ab sind. Ich weiß nicht, ich bin dabei. Mal schauen, was ich dann streamen möchte. Lass euch einfach überraschen, was passieren wird. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Morgen. Eine Frage habe ich gedacht. Dankeschön. Nächste Haltestelle Ströherweg. Ströherweg. Ich bin dabei. 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 Morgen. Einmal. Danke. Nächste Haltestelle St. Ilsenseer Platz. Nächste Haltestelle St. Ilsenseer Platz. Nächste Haltestelle Neuwiederweg. Nächste Haltestelle St. Ilsenseer Platz. Nächste Haltestelle Residenzpark. Nächste Haltestelle St. Ilsenseer Platz. Nächste Haltestelle St. Ilsenseer Platz. Nächste Haltestelle St. Ilsenseer Platz. Guten Morgen. Nächste Haltestelle, Reinhardshofer Straße. Hier kommt die Nahrungssuche, die Fahrzeuger hinter den Eilis manchmal nicht erlaubt, wenn man kommt. Und diese Situation ist immer noch ein bisschen ein Spiel, wenn man wieder kommt und weiter läuft. Und man hat sich irgendwas für ihr, sondern nichts drücken. Sonst spielt er auch sehr, dass höchstens niemand ganz bald gerade reinkommt. Nichts machen, aber ein bisschen schwierig läuft. Ich sage euch mal, dass es heute so gut geht. Es zeigt sich, wie wir hier auf die Karteien zusammenkommen. Und jetzt kommt es jetzt so gut. Und jetzt kommt es so gut. Es ist 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 so gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächste Haltestelle, Theaterplatz, Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Morgen. Schmutzpah Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hi. Nächste Haltestelle, Preußenstraße. Vielen Dank. Nächste Haltestelle, Elisabethenstraße. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nächste Haltestelle, Bertramdamm. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Nächste Haltestelle, Arminstraße. Nächste Haltestelle, 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 Odenser Weg. Nächste Haltestelle, Juliansberg, Nächste Haltestelle,